Moin zusammen, ich bin's wieder in der Hab und heute bin ich wieder Oldtimer LS auf der Oldtimers Map meiner Oldtimers Map die ich mir ausgesucht habe jetzt ja im eigenen Senderhythmus, also nicht in dem, ich hab die erste Folge ja auf dem Sendeplatz von Porta Vestalica gemacht, aber da hast du mitgelebt, nicht? das hab ich jetzt auch nur getan, weil ich ehrlich gesagt keine Videos für Porta Vestalica fertig hab, da muss ich das mal wieder aufzeigen und ja, das hier, das ist ja das ist noch Landliegen Wider wird neidisch werden schau doch das Ding jetzt mal an da geht, oh, da geht alles, da läuft alles das macht Spaß, der Dieb die auch hier bei mir werden super bloß im Sommer, kann ich mir vorstellen, könnte es ne Bullen-Hitze sein, die sind im Blechgast also an diese Mähdrescher kann ich mich nicht mehr erinnern, an den alten Fahr den es immer noch gibt, den es noch MLS 13 und so gab oder auch den es oft ja noch als Mod gibt also an den kann ich mich noch gut erinnern, an 100 Tagen, dass damit genügt wurde dass dieses, dass sie so oft gesehen haben, da gibt es jetzt auch nur ein russisches ein russisches Modell da kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, aber der macht einen breiten Schwarz auch qué auch ist wäre weiß einer wie das auf deutsch auf deutsch ausgesprochen wie kann das einer in lautstift schreiben ne heinz wo es richtig gebogen wenn ihr dann nämlich nämlich die hintere Da ist es ein bisschen gerader. Oh, wir haben noch gar nicht von innen geguckt. Oh, was viele Hebel. Ist das Miewirk versetzt? Ah! Ah ja. Die sind der Meinung, das war... Scheiße! So. Lopamin da einmal gerade auf. Oh ja. So. So. Ja, das war's. Ja, das war's. Klingt ja stark. Ach, ich steh auf Dings. Darum geht's doch nicht. Ja, da muss ich mir jetzt erstmal einen Trecker und einen Ladewagen besuchen. So, und dann nehmen wir gleich mal wieder zwei Teile mit zum Verkaufen. Diese Geräte, die hier auf dem Hof stehen, werden ja alle verschäbelt. Und mal gucken, was nehme ich dann mit? Erstmal ein Gewicht, nehme ich mit. Die Dinger brauche ich auch nicht. Und ich glaube, den Grobber, den kann er heben. So. Ach, gar nicht richtig davor. Jupp. Und ab geht's. Nein, da wollte ich nicht hin. Dann können wir euch ja gleich mal äugeln. Was muss hier denn für Züge? Da war's. So, und wir kaufen uns jetzt auch wie ein Traktor bei Kategorien. Matzen, glaub ich, Traktoren. Du, 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 du. Nee, 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 nee. Wo seid ihr denn? Ihn da. Nee, die für die. 135 PS hat der Güldner. Der hat 38 PS. Der hat auch einen Frontlader. Der hat auch 38 PS. Brüher. 72 PS. Das ist ein Lindner. Deutz. Wir haben damals da, so anfangen, den mit den Deutz da. Hülimann, wie viel PS hat der? 55. Der Deutz hat 75. Also bis jetzt zendiere ich zum Deutz. Hatz kenne ich gar nicht. Wir werden die selbstverständlich alle mal durchspielen. Kramer kenne ich auch. Ein Schlüter. Der ist ja schon was älter, ne? Und der Taurus ist was ganz Altes. Und das ist auch noch ein Kramer. Der hat aber nur 14 PS. Also ich glaube, ich fange mal mit dem... Mit dem an. Den kenne ich nämlich noch. Den habe ich nämlich früher selbst gefahren. Das weiß ich noch. Kaufen. So, und dann brauchen wir natürlich noch einen Hänger dazu. Zurück. Kipper. Ja, ich habe da ganz schön viel drin, ne? Getreideanhänger. 4.500 Liter. Krone. Dann nehmen wir mal den. Und die haben ja alle Drehschäbel. Kaufen. Kaufen. Okay. Jetzt aber noch größer wie auf dem Foto. So, jetzt mal gucken, wie du klingst, Alter. Ja, kommt hin. Ja, kommt hin. Ich finde, solche Mods finde ich ja... Ich weiß nicht. Aber... Ich finde, solche Mods. Einfach nur Kuh. Thank you. Vielen Dank. Mal gucken wie viel genau eine Füllung oder ein bisschen mehr. Vielen Dank. Ah, jetzt muss ich da wieder so einen kleinen Zentrum machen. Schül, 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 schül. Ich muss mich erst noch ein bisschen an die Bedienung von den Hebeln suchen. Schül, schül. Schül, schül. 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 ist ja ein feiniger und gar nicht auf den kralen ich muss schon viel eher anfangen aber auch viel eher ganz ich habe noch keine Ahnung Ja, so, und wenn ihr aufs Ziel gefragt, was macht haben, macht haben was Nüsse, nämlich die anderen Geräte verkaufen oder auch haben, was ist da denn wieder aufgepasst, dann schaut auf den nächsten Teil an, wenn nicht wieder, Oldtimer, LS50, auf der Oldtime-Skill. He's done, think, get.